Na, ich muss auch mal die Straße zeigen hier. Richtung Fürstenweite. Das ist Neustadt. Ah, da hinten ist noch mal eine Autobahn. Nur höher. Nur ganz höher. Das ist auch eine tausendjährige Autobahn. Vielleicht hätte ich auch noch so lange, aber... Ich weiß nicht, das ist halt mal langsam verboten. Das soll irgendwie für das Gewalte sein. Für das gewisse Gewalte ist es ausgefallen. Und dann werde ich irgendwo vorhin über die Straße. Und dann müssen wir das Gewalte. Falkenwald. Das Gewalte kann sich noch ein bisschen besser halten. So, das geht hier echt um die Straße. Falkenwald. So, Falkenwald. Jetzt wird noch rückfügelt. Da muss ich mal auf. Jetzt wird Falkenwald. 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 Also... Da sind wir ja gleich eine sehr süße Strate. Wir alle hatten Ortsschilder oder Wegweiser. Da gab es so. Und das ist so, komm her, Kleinhof. Wüsste man eigentlich hin? Das war die Hickechsung. Der meiste Hickechsung. Der meiste Hickechsung. gerade nur eine KM-Bahn Falkenfallöl da weiß ich was er hinten vor eigentlich wollte ich nur noch grad zurück jetzt mal hier kommt da sieht alles gut aus da ist die Kirche da weiß ich was da kommt hier ist die Komponatur so sieht es besser aus oi, Kleino links rein jetzt haben wir eigentlich auch nicht noch große Experimente gemacht hier ist er da hübsch gemacht wie ist er jetzt? geradeaus also hier ist die hier ist der Vielen Dank.